hallo ist matt von money monkey ist das die dax analyse für donnerstag den 9 11 2023 und unser dax hat ja mal ein bisschen turbo gezündet hat dann doch mal ein bisschen mehr aufs parkett gebracht nachdem wir gestern auch gesagt haben da muss einfach auch mal ein bisschen mehr druck erkennt oder ersichtbar werden und den hat er gebracht mir war hier auch wichtig die 200 eben um rauszunehmen dass er da endlich mal drüber kommt und auch ein bisschen drückt ist jetzt erstmal vom ergebnis her nicht ganz so glücklich verlaufen ist hier oben einfach nur an unsere 280 dran gebummst und dann wieder einmal zurück auf die zuvor gebrochene trendlinie ist trotzdem ist so gesehen jetzt erstmal ein ausbruch inklusive pullback der auch schon absolviert ist und demnach stünde ihm das jetzt frei ist um das hier wirklich rauszuziehen und rauszudrücken würde in dem sinne heißen dass der stand hier direkt aus dem stand auch ohne probleme wieder anziehen kann in die 280 rein und dann auch schon richtung 380 400 los dabei müssen wir aber noch mal einen blick auf den tagesschart werfen denn dort liegt noch mal ein widerstand im bereich um wo war der glaube ich 340 360 ja das wird sich mit mit im hinterkopf behalten das ja auch noch mal eine trendlinie kommt an die er stoßen kann und dann muss man aber auch sagen geht der markt dann darüber ist er dann frei also auf mehreren zeiteinheiten sowohl aus tagesschart als auch aus stundenebene hier wären dann alle vorhandenen abwärts trends gebrochen damit gäbe es dann keinen mehr und wir wären erst einmal wieder frei für neue aufwärtstrends die zu etablieren und zu entfalten und jetzt gucken wir mal hier noch mal zum donnerstag liegt die trendlinie jetzt ja im bereich um 350 so etwa 350 360 jahren groben das wäre dann hier noch mal entscheidend ja wir haben hier 445 nimmt 455 dann noch mal einen kleinen widerstand aus dem alten tief dem markanten tief hier zusammen mit dem oberen bollinger band das wird auch noch mal interessant und drüber wäre dann die nächste anlaufstation erst wieder bei der 200-tage-linie auszumachen die momentan im bereich um 650 liegt ja das sind alles ziele die unser dax erreichen kann wenn er oben am ball bleibt und weiter drückt und wie gesagt so rein aus der konstellation wie wir es gesehen haben und auch was wir von ihm ich sag mal wirklich eingefordert haben das was wir von ihm verlangt haben hat er ja nun geliefert und damit stünde einem ausbruch hier jetzt auch nichts im weg müsste aber bloß am ball bleiben sich hier weiter aufwärts schieben was sollte vermeiden er sollte vermeiden hier unter die 150 140 zurückzufallen man wäre nämlich wieder im trend dann würde das dollar nach einem fehlausbruch riechen und er wahrscheinlich dann noch mal hier unten rein laufen 15 70 noch mal ansteuern ja und wenn die dann bricht dann geht es ja auch einen ganzen meter gleich wieder runter dann geht es dann das gelb bei 15 bei 14 89 und dann eben hier aus 14 69 14 39 die zwei hochpunkte die man uns hier immer mal ausgeguckt hat er haben ich glaube so aus der konstellation wie er jetzt steht mit dieser gebrochenen flacke nach oben wenn das jetzt vermasselt und das nicht gestanden kriegt wir haben ja auch ein höheres hoch gesehen ich glaube dann wird auch nicht mal die 9 30 69 halten ich glaube wenn wenn er das jetzt hier oben nicht verwandelt kriegt und hier noch mal komplett nach unten zerlegt wird dann wird uns wahrscheinlich auch gleich noch unter die linie linie zurückfallen und das geld hier zu machen weil dann wieder wäre das nämlich ein klarer fehlausbruch auch aus dem trend und trendfortsetzung verweigert versagt und auf so eine signale gibt es meistens immer noch mal signal auf der unterseite und dafür musste hier runter wird also auf jeden fall interessant und spannend denn das goes gesetzt alles das was wir eingefordert haben hat er geliefert ein ausbruch und pullback und sollte dranbleiben und hier zu sehen dass er land gewinnt 280 dann die 340 360 tages shot channel darüber 380 400 dann 445 455 und zwar an der taglinie war bei 650 ja gut punkt das ist es unten haben wir auch gesprochen genau da bam 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 das ist es klappe zu affe tot bis morgen tschüss